So, Damen und Herren, herzlich willkommen zurück, ja immer noch zurück, zu Mutation of JB. Wir sind hier auf dem höchsten Baum der Stadt, haben hier ein schönes Bierchen, was wir dem Kollegen hier gleich geben können, damit er uns das Seil gibt. Probieren wir es einfach mal, benutze Bier mit dem Kerl. Ich hab dir ein Bier gebracht. Bier? Sagtest du Bier? Ja. Ja, ich hab ein Bier gekauft. Her damit. Ich darf also das Seil mitnehmen? Ja, du darfst. Gib nur endlich das Bier her. Das Bier ist ja warm. Fast heiß. Willst du mich vergiften oder was? Entweder bringst du mir ein gekühltes Bier oder lieber gar nichts. Das Seil bekommst du für dieses Gift nicht. Hm, ach schade. Nur weil es ein bisschen warm ist, sollte sich das nicht so anstellen. Alles klar. Okay, was machen wir dann? Wir haben hier auch, ja warum, diesen Verkleinerer bekommen von Skepto, der gemeint hat, wir sollen damit bei Professor Vogel unterm Dach mal schauen. Und da steht nämlich deren Raumschiff rum. Ja, was wir jetzt verkleinert haben. Und ja, wir sollen das zusammenbauen. Und der Dachboden ist natürlich über dem ersten Stock, nicht über dem Erdgeschoss. Daher gehen wir einmal hoch. Und genau, hier gehen wir einfach mal weiter. Ja, wunderbar. Immer noch weiter, denn wir haben uns, wir wissen noch, hier rechts ist ein Mauseloch. Da gehen wir einfach mal mithilfe des Verkleinerers rein. So, kleinerer Mauseloch. Zack. Oh, da sehen wir schon ganz anders aus. Oh. Ich wusste gar nicht, dass Mäuse so gut eingerichtete Wohnungen haben. Gut, dass diese hier schläft. Sie könnte mich ohne weiteres auffressen. Naja, ist halt, ja, ist doch gemütlich hier. Was können wir denn hier machen? Wir haben hier Schachteln. Einfach mal anschauen. Ich habe noch nie so viele geklaute Schachteln gesehen. Ja, dann nimm die nochmal selber mit. Gestohlene Waren stehle ich nicht. Achso, na gut. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben natürlich hier eine Maus. Eine riesige braune Maus. Sie schläft gerade. Die ist aber nur riesig, weil du selbst gerade klein bist. Kannst du damit reden? Ich will damit nicht reden. Mann. Oder habe ich jetzt die Schachteln angeklickt? Eine riesige braune Maus. Sie schläft gerade. Achso, ja, reden. Ich glaube nicht, dass er mir antworten kann. Dann nimm die mit. Lieber nicht. Sie könnte gefährlich sein. Ach, was. Was glaubst du, was ich mit ihr machen soll? Sie ärgern. Wir haben hier noch einen Tisch. Eine Bierflasche ist auf diesem Tisch. Natürlich auch extra klein für die Mäuse. Aber die können wir gar nicht auswählen. Hm. Na gut, was machen wir? Wir wissen, ah, äh, äh, Mäuse und Käse. Nicht Witzukäuse, genau. Und die Angel benutzen wir jetzt mit dem Maus. So, wunderbar. Und das schnuppert sie natürlich auch. Aha. So, da hängt die Maus. Sie hat in den Käse gebissen und jetzt hängt sie an der Angelrute. Ja gut, das konnte ich auch noch sehen. Jetzt können wir sogar hier das Mäuseloch auswählen. Jetzt können wir da rein. Hier sind noch irgendwelche Schriften, aber die können wir auch nicht auswählen. Nicht anschauen. Dann gehen wir einfach mal ins Mauseloch. Ich kann das so nicht benutzen. Da geht jeder einfach rein. Ich glaube, dass der Verkleinere kaputt gegangen ist. Wie kommst du auf diese Vermutung? Nur weil du wieder groß geworden bist? Ich weiß es nicht. Das Mauseloch können wir aber auch nicht mehr auswählen. Wir sind jetzt hier anscheinend in einer Küche. Sieht zumindest so aus, ne? So schön vollgestellt hier mit Tischchen und so. Und hier ist eine Gabel. Wunderbar. Mitnehmen. Eine schmutzige Gabel, die jemand in den Tisch gestochen hat. Also ja, dann nimm die mit. Ist immer schön. Kann man immer gut gebrauchen, so eine Gabel. Vor allem, wenn sie schmutzig ist. Hat man noch, falls man mal Hunger hat. Was tut ein Nabbern? Schauen wir uns den Mixer an. Nur ein elektrischer Mixer. Ja, dann benutzt den. Einen leeren Mixer sollte man nicht einschalten. Dann nimm den mit. Wenn ich etwas zerhacken will, dann kann ich jederzeit herkommen und es hier tun. Ich brauche also diesen Mixer nicht mitzuschleppen. Ja, aber eine Autobatterie kannst du mitschleppen. Also ein Sägefisch. Hier so ein Augenschließer, der auch nicht gerade klein aussieht. Alles klar. Und genau, das kalte Bier benutzen wir. Denn hier ist auch ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank. Nichts Außergewöhnliches. Nein. Dann benutzen wir das Bier mit dem Kühlschrank. Sei nicht faul und öffne zuerst den Kühlschrank. Wir öffnen zuerst den Kühlschrank und benutzen dann das Bier damit. Ich tue das Bier in den Kühlschrank, um es etwas abkühlen zu lassen. Das klingt sehr logisch. Einige Minuten später. Ich weiß nicht, ob das wirklich so schnell geht mit dem Abkühlen. Jetzt sollte das Bier kalt genug sein. Ja, aber wenn er das meint. Ich meine, ich fühle das ja nicht, ne? Er hat ja da die Hände oder eher die Pfoten oder was auch immer. Ich trinke kein Bier. Ach so, er sagt das doch gleich. Hier ist noch ein Waschbecken. Das hat schon lange niemand benutzt. Ne, dann benutzt das mal. Dieses Waschbecken hat schon lange niemand mehr benutzt. Ich möchte mit dieser Tradition nicht brechen. Ach schade. Ich dachte, man könnte jetzt das mal benutzen, um die Quotenbenutzung für das Ding hier auch mal eingeräumt zu haben. Wir haben hier, oh, wir haben hier noch eine Flasche Peperoni. Eine Flasche Peperoni. Ja, oder wie er sagt, Peperoni kann man ja auch, ne? Nimm die mal mit. Wunderbar. Die schauen wir uns doch mal an. Eine sehr gut verschlossene Flasche Peperoni. Allein öffne ich die nie. Das heißt, wir müssen die irgendwie öffnen dann. Hm. Also denke ich mal. Wenn man die öffnen kann, dann müssen wir das auch machen. Dann benutzen wir halt die Tür. Dann gehst du da mal rein. Ah, wo sind wir denn hier? Ich erstecke bald. Ja, sehr gut. Ist da etwa jemand? Was hinter dieser Tür steckt, würde ich auch dann riechen, wenn ich schnupfen hätte. Ich weiß nicht. Ich erstecke bald. Jetzt unterbrich mich nicht. Was hinter dieser Tür steckt, würde ich auch dann riechen, wenn ich schnupfen hätte. Ich weiß nicht, wozu man es auch noch an die Tür schreibt. Hilfe! Ach, Junge, lass mich ausreden. Machen wir ihm gleich das Licht aus. Man schaltet damit das Licht in der Toilette ein oder aus? Dann mach es aus. Ich schalte das Licht lieber nicht aus. Vielleicht sitzt jemand auf dem Klo. Na gut, wir reden einfach mal mit dem Klo. Hey, ist jemand da? Ja, ich bin es, Rakisch. Ich sitze hier schon seit einer Woche. In diesem verfluchten Haus gibt es kein Toilettenpapier. Du könntest mir vielleicht welches besorgen. Gerne, aber die Fabrik, die Toilettenpapier herstellt, ist niedergebrannt. In der ganzen Gegend kann man kein Papier mehr bekommen. Und wenn ja, dann sind die Preise so hoch, dass es sich niemand leisten kann, jeden Tag auf die Toilette zu gehen. Gut, dann bring mir irgendein Stück altes Papier. Ist egal, was für eins. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck. Ich werde sehen, was sich da machen lässt. Das sind doch ganz wunderbare Dialoge hier. Vor allem, dass der da seit einer Woche hängt. Finde ich ja ein bisschen unglaubwürdig. Aber naja. Alles klar, wir haben noch ein Papier, nämlich die Zeitung. So der klassische Weg. Rakesh, hier hast du eine alte Zeitung. Danke. Endlich wieder frei. Noch ein paar Tage und ich wäre dort erstickt. Das ist ja auch ein schönes Poster an der Tür. Ich danke dir. Du hast mein Leben gerettet. Entschuldige, ich hab mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Rakesh Routes. Ich arbeite als Elektromechaniker. Ich kann fast alles reparieren oder basteln. Ich heiße Johnny. Ich wollte meinen Cousin besuchen, aber er war nicht zu Hause. Ich bin zufällig Professor Fugel begegnet und er hat mich in ein Schwein verwandelt. Leider haben ihn die Außerirdischen entführt. Und wenn ich kein Ferkel bleiben will, dann muss ich ihn finden und befreien. Und wie willst du zum Planeten der Außerirdischen fliegen? Mit einem Raumschiff natürlich. Oder hast du eine bessere Idee? Ich weiß nur leider nicht genau, wie man in diesem Ding fliegt. Wenn du damit Probleme hast, kannst du mich jederzeit mit diesem Sender erreichen. Vielleicht kann ich dir helfen. Danke sehr. Ich danke dir. Den Gestank auf der Toilette hätte ich nicht mehr lange aushalten können. Also gut, ich muss jetzt aber gehen. Ich habe noch sehr viel zu tun. Und vergiss nicht, wenn du Hilfe brauchst, dann einfach auf den roten Knopf des Senders drücken. Gut, ich rufe dich ganz bestimmt an. Ach, was sind das schöne Dialoge hier? Diese Naivität. Der stellt sich vor, er stellt sich auch vor, erzählt seine ziemlich unlaubwürdige Geschichte. Und der andere fragt nicht mal nach, nimmt das alles hin und fragt, wie wir auf den Planeten kommen. Obwohl wir den gar nicht erwähnt haben. Ich finde es super. Okay, schauen wir uns hier noch weiter um. Hier wo der Kerl hin ist, da kann man noch nicht mal was auswählen. Also der ist einfach verschwunden. Nein, hier ist noch eine Schachtel. Ja, dann benutzt die. Diese Schachtel ist nur als Dekoration gedacht. Lass sie also in Ruhe. Nein, ich möchte die mitnehmen. Schwer und nutzlos. Ja, das sagen sie alle. Können wir jetzt noch die Toilette benutzen? Es stinkt dort, ich will da nicht rein. Stell dir nicht so an. Okay, was haben wir hier noch? Hier sind auch diese Pflänzchen oder andere. Wir haben hier eine wunderbare Trophäe. Fugel ist wahrscheinlich der einzige Mensch auf dieser Welt, der nach der Jagd ein Bein als Trophäe mitbringt. Das weißt du doch gar nicht. Ich sammle keine Trophäen. Ach, schade. Dann benutzen. Was soll ich mit einer Trophäe machen? Ja, keine Ahnung. Hätte man, ja, überleg dir halt was. Benutz die Tür. Wo kommen wir da hin? Ach so, alles klar. Wir sind jetzt hier wieder in dem Flur. Aber wir gehen wieder zurück, denn hier hinten ist noch eine Tür. Wir möchten natürlich überall erstmal rein, damit wir gucken können, was wir alles finden können. Ich wette, dass sich hinter dieser Panzertür das Raumschiff befindet, das der Außerirdische erwähnt hat. Du meinst nur, weil der Top Secret steht? Kannst du natürlich sein. Eine sehr stabile und feste Panzertür. Alles klar, damit nutzt sie. So einfach öffnest du eine Panzertür wie diese hier nicht? Ach, schade. Dann nimm die halt mit. Sie wiegt mindestens 80 Kilo und ist an der Wand befestig. Ach, alles nur Ausreden. Als ob wir uns von der Panzertür aufhalten lassen. Einmal hat es ja schon funktioniert, aber ich glaube nicht, dass wir die nochmal aufhebeln können. Das wäre ja auch ein bisschen albern. Nein, falsch. So. Ich kann das so nicht benutzen. Ja, guck an. Was haben wir hier denn noch? Wir haben hier noch einen Spiegel. Wunderbar. Nichts Interessantes. Dann nimm den einfach mit. Kann man ja immer gut gebrauchen, so einen Spiegel. Eine Steckdose. Sensationell. Uninteressant. Ach was, ich finde die super spannend. Da kann man was reinstecken und dann kommt Strom raus. Was haben wir noch? Wir haben eine Katze. Es ist eine mechanische Katze, die konstruiert wurde, um Mäuse zu fangen. Alles klar. Wir haben also hier eine mechanische Katze und wir haben im Inventar auch eine mechanische Maus. Ist doch wunderbar. Vielleicht kann man die ja damit benutzen. Ich glaube nicht, dass sie auf irgendetwas reagieren wird. Warum nicht? Schauen wir uns die nochmal an. Ach, hier ist ein Deckel. Ein einfacher Deckel. Ja, benutze den. Tada. Schon geht das Ding auf. Schon haben wir da eine Öffnung. Etwas fehlt dort. Wenn ich nur wüsste, was. Das könnte man ja herausfinden. Wir haben ja... Wenn dann... Ist ja eine mechanische Katze vielleicht. Braucht die ein bisschen Strom. Wenn wir hier die Autobatterie... Weiß er nicht. Ich glaube nicht, dass das der fehlende Teil der Katze ist. Ach so, schade. Na gut. Haben wir noch irgendwas Sinnvolles? Wir können natürlich die Säure reinkippen. Ich glaube nicht, dass das der fehlende Teil der Katze ist. Genau, wissen wir nicht, was wir da reintun sollen. Haben wir noch was? Ich glaube nicht. Okay, wir überlegen uns was für die Katze. Ja, ach so. Inzwischen in einem anderen Teil der Stadt. Endlich wieder draußen. Wenn ich das Ferkel, das mich in die Kanalisation geworfen hat, in die Finger kriege, dann bringe ich es um. Aber vorher muss ich etwas zu Hause auf Ladea erledigen. Hoffentlich hat man da meine Nachricht erhalten. Und sie schicken ein Raumschiff, um mich abzuholen. Das ist ein wunderbares Timing hier. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Ich kann dazwischendurch mal speichern. Weiß ja nie, ne? So, zack. Um. Ja, genau. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen noch einmal raus hier. Ich benutze nochmal den Fahrstuhl. Dann werden die Augen wieder ganz groß. Und gehen wir halt wieder raus. Denn wir haben ja noch... Äh... Wir bestatten erst... Wir bestatten... Wir bestatten... Wir bestatten... Der... Dem Fischhäuschen... Erstmal einen Besuch ab. Wir gehen da mal rein. So ganz einfach, ne? So wie man da halt reingeht, wenn da keiner mehr drin wohnt. Also Fischer kann uns jetzt hier ja auch nicht mehr in die Quere kommen, weil er mittlerweile auf einem anderen Planeten ist. Oder zumindest abgeholt wurde und wahrscheinlich gerade unterwegs ist. Wir gehen aber nochmal... Äh... Nein. Das kann ich hier nicht benutzen. Bin ich verrutscht. Wir gehen erstmal nochmal ins Badezimmer rein. Denn da ist ja noch Fischers Frau. Wir haben ja noch die Maske. Ja, wunderbar. Jetzt sehen wir wieder doof aus. Wir gehen aber rein. Bis zum nächsten Mal.